So, Dr. Lexus ist im Untergeschoss, ne? Der wieder mitkommt, obwohl es eigentlich die K ist, der wirklich immer noch zerquetscht worden. Ach, Mann, ey. So, du hast den Motor, das ist ja wunderbar! Lexus, wir haben den rostigen Motor. Wir haben die Pläne fertig. Marble, komm mal bitte her. Ja? Kannst du Exterien an Stock bringen? Ja! Wie lange wird es dauern, um Exterien umzubauen? Dank unserer großen Intelligenz wird es nicht allzu lange dauern. Wie bei mir und den Rätseln hier im Spiel. Hier ist es! Auf an die Arbeit! Sie arbeiten echt hart, was? Ja, hoffentlich machen sie nichts kaputt. Fertig, wie wär's denn mit einer Testpart? Oho! Nun kann Exterien auch nicht fliegen. Nun kann Exterien auch noch fliegen, ein echtes Traumschiff! Vielen Dank, Mann! Falls ihr es kaputt macht, kann ich es wieder reparieren. Zeigt da aus, was ihr drauf habt und passt gut auf euch auf. Versprochen! Drückt den A-Knopf, wenn ihr fliegen wollt. Alles klar. Maxim, was ist das denn für ein Geräusch? Das Lufi-Schwert. Nee, doch nicht. Klingt aber sehr ähnlich. Die Todesinsel schwebt über Kirwan! Warum ausrechnet Kirwan? Was bereitet dir da solche Sorgen? Kirwan ist eine Stadt auf der Insel Dash. Man kommt dort nur sehr schwer hin. Kein Mensch weiß, wie es dort aussieht oder was für Menschen dort leben. Es gibt noch zwei weitere Inseln um Dash. Die Insel ist schon Ingel. Was? Die Insel der Dash ist Ingel. Ach so. Das ist Insel? Bloß von einem völligen Honk ausgesprochen. Dash ist Ingel. Super. Auf jeder der drei Inseln befindet sich ein Turm. Die Türme sollen sehr gruselig sein. Warum hat die Todesinsel über Kirwan Halt gemacht? Dieses Geräusch scheint von dem Turm auf der Insel Dash zu kommen. Vielleicht hat die Todesinsel was damit zu tun? Die Winde um die Todesinsel verursachen einen Sturm. Turbulenzen? Sturm? Um die Todesinsel? Ja, da sind unnatürliche Mächte am Berg. Das kann nur daraus sein, der Arsch. Er will uns sicher aufhalten. Ich glaube nicht, dass Axion stark genug sein wird. Wir müssen auf jeden Fall nach Kirwan. Wir können nicht hier rumsitzen und einfach abwaten. Dieses Geräusch beunruhigt mich etwas. Ich ahne Schlimmes. Du hast recht. Wir müssen aufbrechen. Wir müssen aufbrechen. Lassen einfach widerstehen. Wir müssen aufbrechen. Leute. Hey. Tschüss, Lexus. So. Ach cool. Nach unten müssen wir ein U-Boot. Nach oben. Ja. Die klassische Ansicht. Wo wird der jetzt hier noch? Hier, weil du, naja, nicht, ne? Was ist jetzt hier? Der Drachentempel. Oh, mit den Dracheneiern bestimmt, oder? Sammelt auch Dracheneiern und ich werde euch einen Wunsch erfüllen. Shit. Ich habe nur fünf. Mist. Ich würde ja schon, denn noch die Dracheneier würde ich gerne sammeln. Der muss hier nicht zuheben. Und jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen hier um. Wo ist denn hier noch überall was? Ist ja immer geil, ey. Richtig schön rollspielmäßig. Klassiker. So, hier waren wir ja auch schon. So, hier ist die Insel. Wir tauchen irgendwo. Jetzt kann ich hier in diesen einzelnen Türmen gucken. Aber erstmal ist hier nur eine Stadt. Wartet mal. Dann kann ich mich immer hierhin teleportieren. Kirwan. Okay. Die Menschen, die in Kirwan sind seit Generationen von der Außenwelt isoliert. Aber die Überwesen auf dieser Insel sind Wesen des Bösen. Sie bringen nur Leid. Diese Überwesen sind unbeschreiblich böse. Wollen die Höllenfürsten wirklich die Welt vernichten? Ich, ähm, äh, äh... Ich glaube, was verstehst du nicht hier? Ihr seid Fremde, aber irgendwie gehört ihr doch zu uns. Ja. Ja, ja. Wart ihr schon beim Ältesten? Und er dachte, der steht uns vor uns. Nee, nee. Warum ist die Todesinsel über dem Turm sicher, der dieser Insel hier stehen geblieben? Ihr werdet gegen den Höllenfürsten kämpfen, nicht wahr? Diese Höllenfürsten machen mir Angst. Ach du kleiner Hosenscheißer. Erst war Cash aussehen wieder. Wir haben hier die stärksten Waffen der Welt. Erst wenn es wieder Tropfen gibt es hier noch. Waffen. Zirkonenrute, Zirkonenfliegel, Eronschwert und die Zirkonen-Axt. Geil. So, das ist ja nochmal ein Shoot für sie, die Zirkonenrute. 500 Angriff haben wir jetzt alle, eh. Rüstung. Alter, hier aus Zirkonen, Alter. Shit. Auch ganz schön teuer, ne? So, wir kennen uns von den Zirkonen-Schild. Der ist doch guten. Zirkonenkralle. Macht ein bisschen Angriff runter, aber das ist wirklich nicht verkehrt, ey. Das Junge mal über 400 kommt. Ich habe schon wieder Items voll. Items sind wieder voll. Hast du Hunger? Nö, Mann. Der muss sich wieder was verscheuern, Leute. Der muss was verscheuern. So, die Früchte bin ich eigentlich nicht verfügt, dann. Haben die eigentlich immer dasselbe? Sie kann überraschende Nebenwirkungen haben. Mehr war dasselbe, ey. Jetzt sind die Wälder, die ich alle habe, richtig geil. So, und die ganzen Ringe werden ich eigentlich alle behalten. So, kommen wir sowas wie Glaszylinder. Weg. Riesenturbahn weg. Kleiner Turban auch weg. Eisenhelm. Bräutig. Normaler Zylinder weg. Platin Goldkralle. Ja, alles Schmutz. Wir wollen Zirkonen-Sachen haben. So, Platz gemacht. Die Zirkonen-Kutte. Kann er auch nochmal haben. So. Geht der Zirkonen-Panzer. Obwohl eigentlich... Das ist schon besser. Da kriegst du mal ein bisschen weniger Angriff. Aber er kommt. Ultra geil. Und jetzt macht er seine Magieabwehr runter. Ist trotzdem geil. Ich wusste bisher nicht, dass es Gute und Böse über Wesen gibt. Du kannst die legendären Gegenstände aus dem Türm tragen. Ich kann das fühlen. Okay, die haben legendäre Gegenstände. Ich fühle diese Energie in euch. Warum werden wir so bestraft? Was haben wir getan? Ich habe immer an höhere Wesen geglaubt. Aber warum mussten ausrechnen die Bösen kommen und nicht die Guten? Das ist doch nicht fair. Das ist doch alles mies. Ich mache die ganze Zeit schon die Gedanken wie den Dracheneiern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alle haben hätte können. Wir haben ja ein paar Truhen dann doch ausgelassen. Oder ob jetzt vielleicht noch in jedem Turm ein Ei oder sowas ist. Das ist wirklich so Late-Game-mäßig was. Könnte ich mir auch vorstellen. Der Älteste ist oben. Ihr könnt ihn besuchen. Wie heißt du, junger Mann? Mein Name ist Maxim. Maxim? Lisa, Marie, Clara, kommt mal mit her. Eine Drillinge? Was meint ihr? Fühlt ihr etwas? Ey, ich bin verheiratet. Was soll das? Ja, ich fühle eine starke Energie. Er scheint es zu sein. Er könnte die Siegel brechen. Ja, das denke ich auch. Wovon redet ihr da überhaupt? Höre meine Worte, Maxim. Wir sind seit Generationen die Untertanen der Höllenfürsten. Sie gaben uns Waffen. Schilde und Helme, die wir in den Türmen verwahren. Es gibt drei Türme. Einen auf Dasch. Einen auf Ischt. Und noch einen auf Inchel. Die Höllenfürsten versiegelten die Waffen in den Türmen. Nur der Auserwählte kann die Siegel brechen. Ich glaube, Daos und seine Höllenfürsten wollen sich die Waffen holen. Heißt das, die Waffen sind nicht mehr unter Verschluss? Nein. Noch sind sie versiegelt. Ja. Daos ist doch ein Überwesen. Kann ja die nicht einfach aufballern. Um die Siegel zu brechen, braucht man etwas Besonderes. Was denn? Diese Mädchen hier. Die Mädchen können Energiewellen auffangen und konzentrieren. Du meinst die Energie? Ist der Schlüssel für die Siegel? Ganz genau, Mann. Das Geräusch. Maxim, mein Name ist Lisa. Bring mich auf die Spitze des Turmes. Ich bin der erste Schlüssel. Ich glaube, das meinte sie, oder? Sorry. Ja, aber keine Angst. Mir wird nichts geschehen. Ich besitze diese Gabe, um die Welt zu retten. Willst du gehen, Maxim? Ja, es ist an der Zeit, oder? Okay, da kommt erstmal nur sie mit. Durch schöne Reihenfolge, alles klar. Hm. Das klingt jetzt alles schon so nach. Jetzt tut man sich mal so diese typischen Rollenspiele pro Waffen oder so. Aber wir haben erst einen Höllenfürsten gemacht. Kommen dann die anderen drei und der Höllenfürste alle hintereinander? Richtig hart so. Oder die bewachen jetzt wieder einen Turm. Stimmt. Wir haben einen besiegt. Jetzt sind noch drei Turmen. Könnte sein, dass die jetzt noch einen Turm bewacht. Am Ende so. Und dann halt ganz zum Schluss auf der Insel dieser Ultra-Hoshi-Typ da. Mal gucken. Man, Leute, ich glaube, bevor ich auf die Insel gehe, das wirkt auch schon wieder richtig so wie der Point of No Return. Da würde ich gerne mal ein bisschen gucken und mal schauen, wie mit den Dracheneiern da. Ich habe die halt echt nicht gefunden. Ich würde mich schon interessieren, was man da mitmachen kann. Warte, ich fliege mir jetzt mal noch ein bisschen rum, ja. Ein bisschen gucken. Guck mal, hier fahren wir überall. Das ist nicht toll. Guck mal, hier fahren wir überall. Das ist nicht toll. Ich hätte man gerade, ich müsste schon in zwei gekämpft haben. Also da war einer, wo es der andere hatte, der war zu schwach früher. Der hat uns gleich rausgekickt. Da mussten wir erst mal andere Sachen machen. Also wir haben zwei begegnet, ja. Einer, der goldene Mann und so. Und halt Gardis. Aber der goldene Mann, der ist ja noch da. Der hat irgendwie keinen Bock. So, hier war der Anfang, Leute. Oh. Hier fing alles an, wisst ihr noch. So, und gucken, ob hier noch irgendwas war. Eine Insel oder so. Dann waren wir hier. Genau, sind wir hier lang gegangen. Ach, Mann, das war so krasses Abenteuer. Ja, deswegen glaube ich halt echt. Das müsste bald zu Ende sein, ey. Kein weiterer Debit mehr. Wir waren überall. Oder hier lang, ey. Über die ganzen Inseln, wo ihr wandert, ey. Schon cool. Und dann irgendwann konnten wir halt mit dem Boot fahren. Hier ist die Schicksalsinsel. Hier können wir nochmal in der Arnhöhle gucken. Ne, machen wir aber nicht. Weil ihr sagt, machen wir nicht. Rokaninsel, alles klar. Ne, okay. Ich glaube tatsächlich, gibt es da vielleicht nichts, ne? Da muss ich bestimmt unbedingt die Drachen eher schon finden müssen, ey. Shit. Ey, was ist hier? Achso, doch, hier war ich hier auch schon. Ich habe hier auch schon angelegt, genau. Hier war ich das erstmal, wo wir das Schiff gekriegt haben. Da sind wir hin, alles klar. Ne, guck mal, erst kurz. Ein bisschen gucken wir hier. Ein bisschen nur. Ne, 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 da waren wir. Und hier war der doch mit dem Turm hier, der Arsch, der. Schleuse, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, sehe ich jetzt so nischt irgendwie mehr, ne? Warte, hier überhaupt, wir sind hier abends kurz am Rand. Ach, na, das ist doch klar, waren wir hier, ist doch klar. Okay, alles klar, den Malucken. Ach, wir sind jetzt nicht nochmal so richtig ultra lange Türme oder so. Mal gucken, mal gucken. So. Okay, cool, mal was anderes. Das sieht ja cool aus. Erster Siegelturm. Okay, wir sind hier wohl doch richtig. Aber ich muss kurz mal gucken. Hier gibt es wieder viel zu viele Wege. Schuck. Ich weiß nicht so genau, wie ich jetzt hier fighten will. Wie geht es den richtigen Weg hier an? Ich besiege den einfach mal. Du greifst zuerst an. Schiss, wieder noch das Verrat, du. Der Hüllenbote. Der Hüllenbote. So, Tatenmann. Phoenix. Der Hüllenbote. Nein, nicht so ganz zerschläscht. Komm, das Verrater wurde auch schon mal geklingelt. Genau. Zack. Ich muss dich wirklich besiegen, ne? Point of no return ist im dritten Turm. Okay, gut. Danke fürs Bescheid sagen. Alles klar, da müssen wir echt nochmal gucken, ey. Das ist ja wirklich bald ruhig. Aber das müssen wir noch gucken, ob wir nochmal alles so machen wollen. So, Point of no return ist echt immer eine wichtige Information. Immer noch satt, Leute. Ich denke mal, ich will 50 wieder bestimmt nochmal was snacken. Komplett falsch, Young. Okay, ich merke mir, da ist noch ein anderer Weg. Dann gehen wir nochmal. Ey, warum ist denn hier so viel? Oh nein, ey, so schnell, so am Anfang hätten wir noch so den anderen Weg nehmen müssen. Weil da war denn der Schlüssel drin, der ist mir eben schon voll umsonst. Aber hier sieht es so richtig schick aus. Okay, die muss ich besiegen. Na, wartet mal. Was habe ich denn noch? Hier geht es ja auch noch irgendwo hin. Was? Warum? Wo bin ich hier denn? Ne Truhe! Der Donnerring. Ich habe so eine Sequence, ey. Seht da. Schmutz, Schmutz. Kompletter Schmutz. Nervoll. Sie kriegt den mal, ey. Da hat es auch schon über 600 Angriff, ey. So, die muss ich leider klatschen, Leute. Was ist das? Ja, nein. Frust. Viel. es ist natürlich nicht ein dauernd man jetzt das erste mal ein was ist denn hier los war die schon mal so wild was schaden ist zu übel was so nein ich kann meine zehn wochen so viel überlebt hier donna volle breitseite auf einen dunkel schaden aua mega schlager 2 alles klar je 18.000 erfahrungsmodelle lieber ganz kurz heilen Keine Ahnung, wenn ich jetzt nochmal jeder scheiß Höhlenfürst nochmal kommt und spiele es nochmal sehr nett, sehr schön abgespeichert, so